Natürliches Trocknen ist nicht nur besser für Ihre Wäsche und die Umwelt, es spart auch Geld. Die Wäschespinne Essential hat ein leicht zu bedienendes, anpassbares Schirmsystem, ist in zwei Positionen spannbar und bietet immer straffe Leinen. Sie hat qualitativ hochwertige UV-beständige Wäscheleinen mit rutschfestem Profil. Die einzelnen Leinen lassen sich jederzeit einfach austauschen. Alle Trocknungsarme sind mit speziellen Ösen für Kleiderbügel ausgestattet, ideal zum Trocknen empfindlicher Kleidung. Eine stabile Aufhängeschlaufe sorgt außerdem für eine kompakte Lagerung. Die Essential Wäschespinne wird mit einer Kunststoffbodenhülse mit verschließbarer Kappe geliefert. So vermeiden Sie störende Hindernisse in Ihrem Garten oder auf Ihrer Terrasse. Separat ist ein Metallbodenanker zur soliden Verankerung ohne Beton erhältlich.